Kann man flirten lernen? Wie flirte ich mit einer Frau richtig? Wir sehen sie immer wieder in Hollywood Filmen, in unseren Lieblingsserien oder bei so manchen Arbeitskollegen. Ein Mann spricht eine Frau souverän an, sie lacht, schwingt den Kopf nach hinten, spielt sich im Haar rum und sie tauschen Nummern aus. Und wir fragen uns, warum weiß ich nie, was ich sagen soll? Ich verspreche dir, am Ende dieses Videos wirst du ganz genau wissen, spüren und motiviert sein, da auch du flirten lernen kannst. Mein Name ist Andy Friday und auf diesem Kanal lernst du alles über das Flirten der Verführung und der Erschaffung wunderschöner Romanzen. Damit du ab sofort immer genau weißt, was du einer Frau sagen sollst, gebe ich dir jetzt mein geheimes PWJP-System mit. Wenn du neu hier bist, dann abonniere den Kanal und klicke rechts daneben auf die Glocke, um auch benachrichtigt zu werden, wenn neue Videos erscheinen. Ich danke dir vielmals und jetzt legen wir los. Fangen wir doch damit an, wie ein Flirt beginnt. In jeder Unterhaltung gibt es nämlich zwei Ebenen, die allgemeine Ebene und die persönliche Ebene. Und die persönliche liegt viel tiefer. Ein Flirt beginnt dann, wenn du von der allgemeinen auf die persönliche Ebene wechselst. Was meine ich mit persönlich? Nun, persönlich bedeutet, dass du keine Informationen erfragst, die man in einen Lebenslauf packen könnte. Das bedeutet also nicht, wo bist du aufgewachsen oder wo hast du studiert oder hast du irgendwelche Geschwister? Schritt eins, die persönliche Ebene ist ihre Persönlichkeit. Und mit Persönlichkeit meine ich das, was sich in ihrem Inneren abspielt. Das heißt, du möchtest etwas über ihre emotionale Welt erfahren. Das kann zum Beispiel folgendermaßen aussehen. Worauf freust du dich zurzeit am meisten? Oder was wolltest du werden, als du sieben Jahre alt warst? Der zweite Schritt, die Wir-Blase. So richtig beginnt ein Flirt dann, wenn du von der Du-und-ich-Ebene zu einer Wir-Ebene wechselst. Das bedeutet, dass du und sie jetzt zusammen in einer Wir-Blase seid. In dieser Wir-Blase habt ihr verrückte Fantasien. Ihr könnt über gemeinsame verrückte Zukunftsfantasien sprechen, wo ihr vielleicht zusammen am Elternabend sitzt oder in einem schönen Urlaub gemeinsam euch verbringt oder als altes Ehepaar irgendwann mal euren Enkeln von diesem Tag erzählt. Die Wir-Blase suggeriert ganz unterbewusst, dass ihr zwei zusammengehört. Und so kreierst du einen Kontext, in dem du ganz spielerisch eine romantische Beziehung zwischen euch beiden aufbauen kannst. Vergiss nicht, in der Wir-Blase sprichst du nicht mehr von einer persönlichen Erfahrung, die sie erlebt hat, sondern von einer Erfahrung, die ihr gemeinsam erleben könntet. Das heißt, du fragst sie nicht, wie ihr die Schule gefallen hat, sondern du sprichst davon, was für schreckliche Eltern ihr doch wert, weil ihr beim Elternabend selber die ganze Zeit Scheiße bauen würdet. Addiert sie etwas zu deiner verrückten Wir-Blase hinzu und sagt zum Beispiel, ich weiß, wir würden wahrscheinlich unter dem Tisch nicht die Finger voneinander lassen können. Dann hast du eine 1A-Flirt-Partnerin. Probier es aus. Frauen lieben es, sich auf dieser Ebene zu unterhalten. Es ist herausfordernd und es ist definitiv eine willkommene Abwechslung zu den ganzen alten, langweiligen Gesprächen, die sie mit jedem anderen Kerl dort draußen führen muss. Das hier, das macht nur ein Mann, der für sie wirklich attraktiv ist. Kommen wir zum dritten Schritt, den du beachten solltest. Und zwar ist da die wichtigste Regel im Flirt. Sie kommt eigentlich aus dem Improvisationstheater und lautet Ja und. Also, was ist die Ja und Regel? Die Ja und Regel besagt, dass zu jeder Spinnerei, jedem Einfall, jeder kleinen Fantasie, die du oder sie hervorgebracht haben, setzt du noch mal einen drauf. Du machst das Ganze größer. Zum Beispiel, wenn sie sagt Ja und wenn wir dann vom Elternamen nach Hause fahren, weiß ich, dass wir uns die ganze Zeit im Auto nur zanken würden. Dann sagst du Richtig. Wenn wir zu Hause angekommen sind, dann werden wir uns wie immer die Kleider vom Leib reißen und ins Schlafzimmer flüchten. Dann wird sie vielleicht sagen Ja, aber dann sollten wir wegen den Kindern aufpassen. Die dürfen davon nichts mitbekommen und so weiter. Ein absolutes No-Go jedoch ist es, ihre Fantasie abzuschmettern und durch deine ersetzen zu wollen. Und das erfahre ich immer anfänglich von Männern, die zu meinem Coaching kommen und sie fragen sich, wieso habe ich das nicht früher gewusst? Wenn sie zum Beispiel sagt Ja und nach dem Elternabend, dann würden wir im Auto nur miteinander zanken, dann entgegne auf gar keinen Fall, was wir. Nein, 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 ich würde nie mit dir streiten. Dann wird sie nämlich vielleicht noch versuchen, den Flirt zu retten mit Naja, das sagst du jetzt. Und dann sagst du Ja, ich bin mir sicher. Okay. Und der Flirt ist im Keller. Scheiße. Darum nie die gemeinsame Fantasie abschmettern, sondern immer nur erweitern. Aber wenn ich sie immer nur erweitere, wann endet dann ein Flirt? Die Antwort ist natürlich nie. Aber meistens müssen wir ein Flirt vertagen oder pausieren, rein aus logistischen Gründen, zum Beispiel in euer Schlafzimmer. Und das, das machst du folgendermaßen. Schritt 4, den Flirt pausieren. Zum Beispiel so. Okay, Madame, ich weiß, du hast irgendwelche schmutzigen Gedanken gerade und das ist auch gut so. Aber was wir jetzt machen sollten, ist, dass du diesen Gedanken irgendwo versteckst. Okay. Ja, genau den Gedanken. Ja, genau diesen schmutzigen Gedanken. Den nimmst du jetzt, packst in eine Tupperdose und klebst darauf ein Post-it. Okay. Und dann verstauen wir sie mental irgendwo für später. Und genau das schreibst du auch auf diese Tupperdose drauf. Okay. Auf das Post-it. Ja. Bist du soweit? Stellst dir vor. Genau. Genau. Und darauf schreibst du jetzt für später. Hast du's? So, jetzt nimm diese Tupperdose und verstau sie irgendwo ganz hinten in deinem Unterbewusstsein. Sonst kriegen das noch deine Freunde mit und das möchten wir nicht. Okay. Du weißt ja, Diskretion ist wichtig. Also, damit wir uns wieder irgendwas Normales unterhalten können, sag mir, wenn die Tupperdose weg ist. Ist sie weg? Gut. Alles klar. Dann sag mir doch, hast du Netflix? Was ist deine Lieblingsserie? Wenn du jetzt noch sehen möchtest, wie so ein Flirt ganz entspannt und in deinem Alltag geschehen kann, dann zeige ich dir das. Und zwar live in diesem Video.